Dünke Seite. Überzahlen. Konzentration hier. Junge! Alter, was wollt ihr denn alle? Junge, Junge, Junge. Noch kein Leben verloren. Konzentration, Konzentration, da kommen von mir die Nächsten. Mando, Mando. So. Oh, genug von Odin und seiner blöden Familie. So, ab ins rechte Riesen. Ich möchte jetzt endlich mal Riesen sehen. Hier waren wir doch schon. Oh, Mann. Eh, nein. Oh, wenn sie nervig sind. Hier war doch der Atem. Oder? Doch, 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 doch. Wir sind hier richtig. Oh. Oh. Mann war bestimmt auch Odin schuld. Und jetzt hab er sucht. Oh. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Thir war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung. Weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und erst tot. Die sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Oh, Mann. Immer weiter hier. Ich glaube, jetzt wird's interessant. Naja, hier waren wir auch schon. Thor, tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich Feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Ah. 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 Nein. Er ist besiegt. Wurde zu ihn töten. Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte, nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter. Bevor ich's ihr besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Zunge, verstanden? Von mir aus. Ja, hat seine eigene Meinung. Naja, ich hätte den auch da im Abgrund. Von mir aus. Runtergeschubst. Nöt? Was ist das denn? Immer neue Kreaturen hier. Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldr nicht weit sein. Gut, ich hab was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Hey, er hat wohl diese Backeen angezündet. Die Toten brauchen keine. Augen offen halten. Hä? Na gut. Na gut, mach mal den Rest. Und ich hatte mal Skupel, die umzubringen. Ah, er wird ja immer besser. Ach, hier sind wir wieder. Na toll. Kommt schon. Ja, ich weiß ja schon, Mensch. Nein, 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 weg der, weg der, weg der. Shit, Alter. Ja, Mann. Ich brauch das Leben. Tschüss. Ja. Ich brauch erst mal Leben hier. Ich krieg erst mal Dreschel. Der hättest auch noch Leben. Oh, das ist wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Zum wieder Leben. Tschüss. Wie neu. Weißt du, dass du dein Training vergessen? Oh, weißt du mich? Dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Okay, wir müssen jetzt irgendwie nach oben. Aber wie? Ist ja falsch. Hier hoch. Okay. Okay. So. Mal weiter nach oben. 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 Komm, hier lang. Hm? Das wird einfach. Wir sind Götter. Warte. Von rechts. Okay, schnell, 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 schnell. Oh, shit. Oh, nein. Was ist das denn für ein Zauber hier? Ich kümmere mich darum. Noch nicht. Mal aufmachen hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm, hier lang. Attacke! Junge! Abtauen oder so. Keine Ahnung. Oh, muss er die irgendwie abschießen. Scheiße. Ja, da kommst du auch nicht weit. Nein, Gott. Oh, Mann. Oh, einfach perfekt. Ja, klasse. Wie explodiert denn das jetzt? Was? Komm, hier lang. Keine Zeit verliegen. Warte. Aber muss er das Ding da kaputt machen? Ja, mein Mann. Das. Oh, Mann. Keine Ahnung. Wie tut denn das? hmm weh 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 wo jetzt kommen keine ahnung hm wer war das denn jetzt nochmal hinter dir ach man ich wollte gerade abhauen mensch ist doch noch nicht jedes mal so doch nicht echte seite bruder mal kurz gucken was hier so ist was ist das denn hier jetzt so langsam krieg ich ne ahnung das geht weg ach man ich glaube jetzt habe ich es man muss die irgendwie locken komm hier lang stirb warte komm schon schei schei ach man jetzt weg uah komm schon schei schei man ok einmal machen wir es noch schei ach komm hier lang angriff noch nicht was ist das denn hier da muss er abschießen schei 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 was ist das denn das damit zu tun müssen wir die irgendwie abknallen oder so ok das war es also wir machen es nochmal in der nächsten folge ne was das wird irgendwie zu nervig ne also dran bleiben es hey das ist das når hm denn